Happy Birthday, Isa Sisee. Happy Birthday, Rai Babu. Happy Birthday, Ijamul RK. Happy Birthday, Fisanate Azur. Happy Birthday, Pipim Pordului. Happy Birthday, Roton Roton. Und ich spiele heute wieder Free Fire Max in Battle Royale, normal. Und viel Spaß. Okay. Battle Royale. Battle in Style. Es geht los. Bei dem Spiel sind wenig NPC-Spieler immer dabei. Meistens sind es, ich glaube, nur Spielersichtige. Und es kann auch passieren, dass sie auf Truppen, also auf so Dreierteams-Versucht stoßen. Deswegen, das ist immer... Alleine ist das richtig schwer. Okay. Das war's für heute. Schlimm war ich getötet. Erstmal verstecke ich mich dahinten. Schlimm war ich nicht. Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich möchte einen Helm haben. Oh, kein Platz in der Tasche. Das ist aus und das ist aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann schau mal kurz zu. Das war's für heute. 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 LOL Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, das hier ist ein kleiner Junge, der das spielt. Oder ein kleines Mädchen. Ich weiß es nicht. Auch für ein Kind. Sagen wir es so. Oder ein Anfänger. Oder ein Anfänger. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke, das war's für heute. Ich denke, das ist ein kleiner Junge. Ich denke nicht, dass er das Spiel gewinnen wird. Ich denke, das war's für heute. Ich denke, das war's für heute. Ich denke, das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hinter dir Ja, das ist krassig eingesammelt Oh, da kriegt auch ein Like Noch drei Stück Das muss doch aus Ja, das ist krassig eingesammelt Ja, das ist krassig eingesammelt Das ist krassig eingesammelt Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das waren jetzt zwei Runden, auch wenn ich früh gestorben bin, aber einen Kill habe ich immerhin. Dann sage ich mal, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.